Roger Moore ist James Bond 007 in Ian Flemings Leben und Sterben lassen. Mein Name ist Bond. James Bond. Namen sind was für Grabsteine, Baby. Macht ihn fertig. James Bond ist wieder da und wo er auftaucht, bedeutet es nur eins. Der neue Bond-Thriller hat noch mehr Spannung und noch mehr Action. Kampf bis aufs Messer durch Urwald, Sumpf und Moor. Mit Roger Moore als James Bond 007. 007 auf weltweiter Verbrecherjagd. Wo Bond auftaucht, hinterlässt er seine Visitenkarte. Hier. Und hier. Sie werden dich töten. Mich, uns. Lektion 2 in der Liebe, alles gemeinsam. Ist noch Zeit, bevor wir aufbrechen, für Lektion Nummer 3? Absolut. Bei diesem Film sollten Sie sich anschnallen. Wer aber gegen diese Verbindung berechtigten Einspruch zu erheben hat, der möge nun sprechen. Denn James Bond hält alle Trümpfe in der Hand. Wer diesen Film versäumt, versäumt den spannendsten aller James-Bond-Filme überhaupt. Nein, nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020